Viele beim Bezahlen an der Tankstelle können richtig teuer werden. Und das gilt nicht nur, wenn man Bar zahlt, sondern auch, wenn man beispielsweise die Smartwatch oder eine App zur Bezahlung benutzt. Auf was es dabei ankommt, das erklären wir euch heute in diesem Video. Mein Name ist Klaus Heimgärtner, ich bin ADAC-Club-Jurist. Heute mit dem Thema Bezahlen an der Tankstelle. Bei klassischen Bezahlmethoden, wie zum Beispiel Barzahlung oder Kartenzahlung, kamen schon einige Problemfälle vor Gericht. Da ging es insbesondere um folgende Fälle. Vom Kunden wurde vergessen, die Zapfsäule anzugeben und es wurde nur ein Schokoriegel bezahlt. Es wurde die falsche Zapfsäule angegeben und dann zu wenig bezahlt. Es wurde zwar alles richtig angegeben, aber der Tankstellenmitarbeiter hat falsch eingegeben. Und zuletzt, es wurde bar bezahlt, ohne die Quittung mitzunehmen und später wurde man dann mit Nachforderungen konfrontiert. Und der Klassiker ist natürlich, man hat überhaupt nicht bezahlt und ist von der Tankstelle gefahren. Ärger kann es für den Betroffenen in zweierlei Hinsicht geben. Zum einen ermitteln Polizei oder Staatsanwaltschaft, ob strafrechtlich relevantes Verhalten vorliegt. Es liegt zwar kein Spritdiebstahl vor, weil es hier in einem Gewahrsamsbruch fehlt, aber es ist hier immerhin Tankbetrug möglich. Vor allem dann, wenn nicht oder zu wenig bezahlt worden ist. Und zum anderen will natürlich auch der Tankstellenbetreiber den Sprit bezahlt haben. Und das bedeutet, dass nicht nur hier eine Nachforderung kommt hinsichtlich dieser Position, sondern dass auch zum Teil mehrere hundert Euro an Kosten auflaufen können für Detektiv- oder Videoauswertungskosten, Inkasso- und Rechtsanwaltsgebühren. Denn in dem Fall geht es um den zivilrechtlichen Vertrag, den ihr als Kunde mit dem Tankstellenbetreiber abschließt. Und wenn es hier zu Problemen oder Störungen kommt, dann sprechen wir hier letztlich von Schadenersatzansprüchen. Der Bundesgerichtshof hat in einer Entscheidung aus dem Jahr 2011 bereits die Grundsätze aufgestellt, die beim Tanken gelten. Beim Einfüllen des Kraftstoffs an einer Selbstbedienungstankstelle schließt man bereits in dem Moment einen Kaufvertrag mit dem Betreiber ab. Und das Gericht macht den Kunden wegen der Anonymität des Massengeschäfts Tanken dafür verantwortlich, den richtigen Kaufpreis zu nennen bzw. die richtige Zapfsäule anzugeben. Und das führt nach Meinung des Gerichts auch dazu, dass man bereits mit Verlassen der Tankstelle in Verzug gerät und damit Schadenersatzpflichtig wird. Das Argument ist nämlich, der Kunde hat es hier viel leichter, die richtige Leistung anzubieten, als der Tankstellenbetreiber, der mit diesem riesigen Aufwand, Videoüberwachung und so weiter, erst den Kunden ausfindig machen kann und dann von ihm die Bezahlung verlangen kann. Und deswegen ist der BGH der Meinung, dass man bereits sofort in Verzug gerät, wenn man die Tankstelle ohne Bezahlen verlässt. Und das führt dann leider auch dazu, dass der Kunde letztlich die Pflicht hat zu prüfen, ob er ausreichend bezahlt hat oder die richtige Zapfsäule benannt hat, beziehungsweise auch, ob der Tankstellenmitarbeiter hier das Ganze richtig eingegeben hat. Das bedeutet im Endeffekt, bei Erhalt der Quittung sollte man sofort prüfen, ob eben hier auch wirklich das korrekt bezahlt worden ist, was man getankt hat. Soweit die Rechtsprechung zu den klassischen Bezahlmethoden. Mittlerweile gibt es aber auch alternative Zahlungsmöglichkeiten, beispielsweise über Smartwatch oder Handy-Apps. Was ändert sich jetzt dadurch? Soweit diese Bezahlungsmethoden nur dazu dienen, einfacher und bequemer an der Kasse zahlen zu können, wird sich an den aufgestellten Grundsätzen nichts ändern. Immerhin ist der Kunde nach wie vor gehalten, dort anzugeben, was er getankt hat. Aber es gibt mittlerweile gerade von Seiten der Mineralölkonzerne, der Automobilhersteller sowie der Mietwagen- und Carsharing-Anbieter Systeme, die App-basiert sind, die das Bezahlen und Tanken an ausgewählten Tankstellen ermöglichen. Und diese App-basierten Systeme funktionieren auf eine Art und Weise, die die gerade dargestellten Probleme beim Bezahlen weitgehend ausschließen. So schaltet man beispielsweise bei einer App eines Mineralölkonzerts einen Tankvorgang an einer bestimmten Zapfsäule über einen vorher festgelegten Betrag frei und erst wenn das System das erkannt hat, kann mit dem Tankvorgang an der Zapfsäule begonnen werden. Und wenn man jetzt gar nicht so viel in den Tank hineinbekommt, wie der vorher festgelegte Betrag es zulässt, dann ist das auch nicht schlimm, weil dann registriert das System das und man erhält später eine Gutschrift über den Teil des Betrages, den man gar nicht verbraucht hat. Bei einem bestimmten Carsharing-Anbieter kann man mittlerweile den Tankvorgang im Fahrzeugdisplay starten. Das Fahrzeug erkennt den Standort an der Tankstelle und man muss nur noch die Zapfsäule über das Fahrzeugdisplay eingeben und kann dann den Tankvorgang beginnen. Und das Fahrzeug zahlt die Rechnung praktisch ganz allein. Während man beim Bezahlen mit der App nicht mehr allzu viel falsch machen kann, sollte man aber zumindest im Fall des Carsharing-Anbieters wiederum prüfen, ob die Angaben im Fahrzeugdisplay mit denen an der Zapfsäule übereinstimmen. Doch selbst wenn es dabei zu viel ankommen sollte, läuft man kaum Gefahr, dass man mit diesen selben hohen Kosten für Videoauswertung oder Detektiv konfrontiert werden wird. Weil man kann ja hier bereits auf elektronischem Weg nachvollziehen, welches Fahrzeug bzw. welcher Nutzer den Tankvorgang durchgeführt hat. Allenfalls muss man aber damit rechnen, dass der Anbieter dieser Bezahlmethoden über vereinbarte Bearbeitungsgebühren oder Strafzahlungen an den Kunden herantritt, zumindest für den Fall, wo der Kunde das Problem verursacht hat. Mit diesen neueren Bezahlmethoden beim Tanken mussten sich die Gerichte offensichtlich noch nicht beschäftigen. Und auch uns sind noch keine Fälle bekannt, in denen es hier zu Streitigkeiten zwischen Kunden und Anbietern gekommen ist. Tankt ihr schon über solche Apps? Habt ihr schon damit Probleme gehabt? Dann schreibt uns doch eure Erfahrungen in die Kommentare. Das war es für heute zum Thema Bezahlen an der Tankstelle. Wenn euch das Thema gefallen hat, natürlich gerne einen Daumen rauf für uns. Ansonsten weiterhin gute Fahrt. Untertitel 11